Aquavision.ch Diese Schwimmschule in deiner Region lässt sie zum Baby bis Kinder und Erwachsenen schwimmen. Aquavision in deiner Nähe. Im Wassertaheim in den Hallenbädern im Kanton Luzern, im Kanton Aargau, im Kanton Bern, hier neu in Langetal, im Kanton Sollenturn, neu auch in Alten und neu auch in Hergiswil, Kanton Nedwaldo. Baby bis Kinder und Erwachsenen schwimmen, im Sommer auch in diversen Freibädern in unserer Region. Beachten Sie auch die Ferienschwimmkurse im Frühling, Sommer und Herbst. Mehr Infos unter aquavision.ch Baby bis Kleinkinderschwimmen. Dieser Wasserplausch für die ganze Familie. Kurs für Kinder ab 3 Monaten bis 4 Jahren. Sanft und ohne Angst gewöhnen sich die Kleinen an das Wasser. Mit Spülen, Lieden, Geschichten lernen das neue Medium zu kennen. Praktisch Hand in Hand zusammen mit den Eltern. Ein einmaliges Erlebnis zur Förderung der älteren Kindbeziehung, gesund für die Muskulatur, das Immunsystem, gut für das Selbstvertrauen und die geistige Entwicklung. Schau, ich filme wie ein Fischchen im Wasser. Aquavision.ch Wassergewinnung für Kinder von 3 bis 5 Jahren. Schwimmen lernen, zuerst mit den Eltern, dann alleine. Was zählt ist, Freude am Wasser, an der Bewegung. Schwimmen und tauchen können mit Spass, ohne Leistungsdruck auf spielerische Art. Ganz einfach, kindergerecht. Kinderschwimmen. Kinder von 4 bis 11 Jahren haben die Möglichkeit, verschiedene Abzeichen zu holen. Nicht nur für Kinder, sondern auch für Jugendliche, Erwachsene und Behinderte, bietet Aquavision Kurse. Ganz nach dem Motto, zum Schwimmen zu lernen, ist es nie zu spät. Kinder und Erwachsene mit einer Wasserangst können die Privatlektionen in einer entspannter Atmosphäre die Angst überwinden. Für gute und sportliche Schwimmen bietet Aquavision einen Technikerkurs an. Mehr zur Aquavision, zu Ferien- und Wochenschwimmkurse finden Sie unter aquavision.ch Oder die da auf 041 980 41 73. Da wird sogar meine Mami zu einer Wassernixen. Durch unsere Sponsoren sind die Kurs günstiger und so für kinderreiche und sozial schwächere Familien besonders attraktiv. Es freut sich auf Euch. Dusche zu Stwallwender, Gründerin der Aquavision und Michel von Mali, Geschäftsführer. Seht 2004 im Wasser zuhause. Seht 2004 im Wasser zuhause. 2 2 2 3 2 3 3